Unter Milieutherapie verstehen wir bei uns auf der Therapiestation die Möglichkeit, dass Eltern mit ihren Kindern im Alter von 0 bis 6 in unterschiedlichen Alltagssituationen begleitet werden. Das kann sein, dass es morgens schwierig ist, das Kind zu motivieren aufzustehen oder zum Beispiel die Zähne zu putzen. Beim Frühstück kann es zu Auseinandersetzungen und Schwierigkeiten kommen, das Kind verweigert sich, es trotzt und bockt und die Mutter wird dann unterstützt oder auch der Vater wird unterstützt durch unterschiedliche pädagogische, auf das Kind abgestimmte Maßnahmen einen neuen Umgang miteinander zu entwickeln. Gerade wenn sich über die Alltagsroutine belastende Teufelskreise eingespielt haben, neue Wege aufzuzeigen und auszuprobieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017